Willkommen hier bei profischnapp.de in Empfingen in unserem Showroom. Heute zeige ich Ihnen ein ganz besonderes Schnäppchen und zwar diese große Eckgarnitur Sarapis von Tommy M. Thomas Machalke als Ecke übertief, Leder Kuba Black, ein Kundenstorno. Das heißt, Kunde hat die Gruppe bestellt und sie wurde aber nicht abgenommen. Warum auch immer, sie wurde gar nicht ausgeliefert, schon vorher storniert. Enthalten sind hier folgende Elemente, dieses große Anbaussofa und dieses Eckanbaussofa, also die Gruppe ist zweiteilig, beides übertief, mit 1, 2, 3, 4 schwarzen Kissen. Die anderen Kissen habe ich dazu kombiniert. Die Garnitur ist weich, ist flauschig, ist was zum reinkuscheln. Hier können Sie drauf liegen, lieben, lümmeln, alles machen, was Sie wollen. Es ist keine klassische Sitzgarnitur, es ist eine Launching-Garnitur zum drauf leben. Und das Leder ist was ganz Besonderes. Kuba heißt es. Kuba Black ist ein Rinsanilin-Leder, durchgefärbt von freilaufenden Rindern. Alle Naturmerkmale sind hier sichtbar. Hier ist nichts drauf. Kein Schutz, kein Verkleben der Poren, alles ist offen. Handschuh weich. Natürlich etwas empfindlicher, aber für Lederliebhaber ist das echtes Leder. Der Sarapis Tomy M ist was ganz, ganz Besonderes für Leute, die anspruchsvoll sind, die lümmeln wollen und die das besondere Lederliebhaber lieben. Hier kann man drauf leben, mit der ganzen Familie. Übrigens die Maße, Sie brauchen linker Hand 2,24 Meter und rechter Hand 3,50 Meter. Wenn Sie das haben und was Besonderes wollen, schnappen Sie bei Sarapis zu. Dankeschön. Und tschüss, Ihr Nutz Reinhardt.